Dann weiter mit Kirby. Oh, wir haben noch drei, ja, ja, aber nicht. Vielleicht noch Kirby. Ja, noch Kirby. Gut, mit Kirby, der hat einmal Original, Blau, Rot, Grün. Das ist Original, genau, das ist Original. Das ist wieder Rot, das ist Negativ oder Meta Knight. Ja, wir nehmen mal so, dann kann ich Nersen mal da mit Fox aufräumen. Oh ja. Äh, ich nehme mal vier. Ja, ich denke, kann ich den Hügel doch verlieren. Genug oft. Der Gipfel der Gourmet. Erstmal saug ich dich ein. Man muss jetzt wirklich gedrückt halten. Ja, die ist toll. Sorry, aber ich finde die Attacke von Pac-Man so leid. Regt sich eigentlich Kirby so gegen Pac-Man oder? Ach, ich mag Kirby nicht so. Ich weiß, es gibt so viele gute Gämpfe, aber ich Kirby mag ich nicht. Ich weiß, man sollte ja nicht sagen, nee, mag ich nicht, mag ich nicht, aber es ist einfach so. Kannst du mal, bitte schön. Kann ich halt, kann auch groß sein, siehst du. Nee, ich mag Kirby nicht. Also schon, ich spiele, aber ich mag es Kämpfer hier. Nee. Nicht so meins. Ja, sie ziehen es durch, wenn sie so ein Thema haben, dann ziehen sie es durch. Aber so sind alle größer als Kirby. Ist irgendwie fies, aber gut. Ja, genau, Hilfpilz. Buh. Kommt doch bitte mal her. Das kannst du selber fressen. Das fasse ich nicht an. König der... Stampfattacke, ne? Muss ich den hier einsaugen? Hallo? Klappt das nicht? Wieso nicht? Ach, nervt doch nicht. Ich will nicht so viel Schaden machen. Komm her. So. Und tschüss. Alter, der ist ein... Da hat gar nichts drauf. Kirby's... Wurf hat gar nichts drauf. Muss man jetzt... Ah, also da wie lange will das noch gehen? Nein, ich nehme das nicht. Oder nehmen wir es? Nein, nein, nein. Nimm du das selber. So. Jetzt habe ich mal einen. Schnell. So, jetzt aber. Das muss ja sein. Sorry. D.K. Der gibt das Gourmet. Ach so. Mir wird jetzt die Energie nicht gut geschrieben. So. Okay. Dangegangs. B. Nein! Hallo? Das kann sein. Vielleicht machen wir uns jetzt auch wieder mischt. So. Und tschüss. Den wollte ich. Genau deshalb. Mhm. Hi. Wario. Schön dich zu sehen. Bisschen baufrei, oder was? Man muss auch fressen, damit man hier... Mann, Wario. Lass dich saugen. Selber schuld. Hallo? Wie tat der das? Ich will doch den einsaugen. Hallo? Da wäre nichts. Ach, Lu... Komm doch... Ach, unten! Der will einfach nicht, oder? Ja, dann kann ich selber. Die Tomate. Lass dich einsaugen. Ist doch einfach nicht, oder was? Jetzt komm! Ich hab wirklich gedrückt! Hast du dich gezerrt? Ach, das zerrt nicht. Kann ich den nicht? Wieso kann ich den nicht einsaugen? Ah, wies. Und er hätte viel Schaden, aber ich kann nicht einsaugen. Das ist, äh, tot. So, gibt's jetzt mal einen kleinen Ball, oder nicht? Oder nicht? Ja, mit Körnissen, ich bin echt klar. Lang! Lang! Okay. Ich hab auch keine Nüs. Boah! Das tat mir schon fast leid. Ach, das kann ich leider darwollen hier. Ach, das kann ich leider darwollen hier. Oh, zut. ach ist das eine mühsame stage danke für die erlösung vielen dank es hat was gebraut oh kairul bist du ein schlimmer ich habe ihn einsaugen sollte doch ja hey komm her Ja? Zack, geh ja eigentlich die selbe, oder? Nein. Ich kann den einsaugen. Na gut, ich will nicht hier Buttonsmashing. Ach, der kann... So! So wie ist der Schuh draus. Jetzt weiß ich, welche Attacke ich einsetzen muss. So geht's schnell. So ein bisschen Schuppen auf dem Kopf, da wie er die Krone anhaben kann. Na gut. Ja, nicht gehören, der ist ein bisschen schlimmer. Das verstehe ich. Die haben keine selben Moves, oder? Quasi. Ja. Gut, mir weiss, der wahrscheinlich bekannteste Soundtrack vom Kirby-Vanchise. Das hätte ich ins Auge gehen können. Eigentlich wollte ich den selber machen. Ach so, du hast... H diss am Ende. Das ist auch ein Reifen und dein Lenkler. Zack, Gesicht, Zack, Gesicht. Ja genau, ich schuf mich noch weiter zurück. ja du nervst du willst ist ja okay oder was ich sag es ja nur irgendwie alles was er macht schaut er hier einfach so ich will nicht klein werden verdammt noch mal kannst du mal kannst du bitte mal geh weg ein bisschen nerven ist ja gut aber das war ganz gut finde ich ich glaube zum abhängen muss ich noch mal mit vox da haben wir es eigentlich schon fast konzentrieren konzentrieren wer ist hier wohl der Boss könnte Körnlis Boss sein kann eigentlich nur noch weiss der hat hallo machen wir mal ja toll ich war noch nie mit jemals langsam da auch was naja nicht mal vertreten gar ich sehe schon schei ok ok kenne ich nicht sehe ich einen Körnlis Boss und jetzt die nicht habe ich nicht grad wieder nicht 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 ich nicht Wie kann man nur das machen? Ich höre, wie das sinnvoll macht. Was sinnvoll ist! Die Hälfte erhört. Gibt es sicher nicht besser, ja? Ja genau, aber ich habe noch Botaniker oder was? Dankeschön. Was ist denn das für eine? Kaffee gesoffen oder was? Ja genau. Genau. Fini. Ach da. Du nervst, das weisst du, oder? Halt mal still! Nein, nein, nein! Ach! Wenn ich erstmal ein Boss war, werde ich mal wissen, was ich beim Spiel. Nie kaufen! Ich werde mir das Spiel nie gekauft, wo der Boss war! Meine Güte! Mehr Fall! Ist ja Flagmon von Kirby Universum oder was? Nein! Nein! Lass mich! Sag Gesicht! Ja natürlich! Wer hätte ich denn da ausweichen sollen? Auf. Fah! Fah! Du hast mich, meine Güte, was ich was verletzt. Fah! Ich habe mich. Du hast mich. Du hast mich. Wie gesagt, wo der mal Boss war, ich will nie das Spiel haben, ich will nie das Spiel haben. So ein absolut nerviger Boss. So, ich denke wir haben es dann, oder? Oh nein! Danke! Boah! Nicht mehr mit Kirby, nicht mehr mit Kirby, nicht mehr mit Kirby. No way! No way! No way! No way! Es wird Foxy, ich muss nicht abreagieren. Gut gemacht! Ja, ja, ja. Heute habe ich nur nicht mit Donkey Kong und Mario und spiele jetzt schon seit 3-3 Stunden. Soll ja vorkommen. Keine Auflage. Ich glaube. Ich bin auch nicht da gewesen. Wer hätte es gedacht? Endergebnis! Endergebnis! Und wer wird jetzt Kontrahent ohne es? Der erste aus dem Original, der freizuschalten ist. 3, 2, 1 los! Schnell aufschlöchelt! Ja, ja. Oh ja. Was hat dir? Oh ja. Ja, ja. Und wer hat es gemacht mit mir. Was hat es gemacht? Oh ja. Mach da. Ja, das ist nicht so einmal. Oder? Ja, das ist nicht so ein Mal. Oh ja. Ich hab das für dich gerade. Ich hab das für dich. Ja. Bei mir ist das der erste Mal. Ach da. Wie ein Fakmatiker. Ey. Ey. Ja, genau. Jetzt dann. Puh. Ness. Nicht so mein Ding. Dafür machen wir jetzt noch mit Fox. Also ich mache mit Fox. Ihr seht das erst in einem Harten. Ja. Okay.